hallo großer ja habe ich da hoch teleportiert ich habe so eine fähigkeit die nennt sich gelände transmutation mit ich von zwei orten das gelände tauschen kann du wirst feststellen dass unter solches wassertoten kein oder kaum noch wasser ist ganz ehrlich was hier auf dem friedhof los ist ein friedhof mehr gegen ein bis zu Hause so ich habe es zu schnauze voll hier das ist und ja guck mal du sollst doch da stehen ich kann mich nicht teleportieren weil ich verstärkt bin bist du zu schwer bin zu schwer um teleportiert zu werden acht tatsache verstärkt immunität gegenüber teleportieren was passiert wenn ich jetzt auf einem so ein skelett wiederauferstehung also so eine wiederauferstehung schriftrolle machen das geht glaube ich gar nicht muss ja wenn ich wieder andere gut sein oder du musst verbindete ziele anvisieren geht nicht verbündete ziele dann muss ich ihn bloß verliebt machen und dann ja du kannst auch keine es muss ein totes ziel sein verbündete toter details verfügt die schon genau jetzt könnte ich nicht nach truf auf das skelett machen ich gehe zu den verschworen denn ja genau ok jetzt bin ich wieder unten 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 ich habe mich ja gerne mit gareth getauscht jetzt hätte ich die erhöhte positionen gehabt wo bist du jetzt wenn ich mich unterteleportiert der sagt was denn hat ja richtig was gebracht jetzt kann er richtig was ja wir wollen aber kein meerwasser jetzt heilen wir alle gegner durch ja ich kann jetzt hier einfach mal schlachtrufeilung machen und für jedes ziel drumherum also alles verbündete ziele mehr schaden so was passiert was weiß ich er mag dich zum glück hat der letzte fall nicht getroffen der hätte dann richtig rein das war jetzt nicht schlecht schlecht ja manchmal kann man sowas brauchen ich will die eigenen leute aber da geht mich ausraum wieder überlegt hier quellenvampirismus ich habe was zwei ziele angezeigt bekommen wer sich gesehen habe das ist das ist das ist das ist das ist der kommt auch nicht noch mal wieder die regeneration auf der ist lust da kommt ja noch mal wieder ja mal gucken wie der jetzt aussieht das rachelkopf hat jetzt eine dicke rüstung an warum auf die geister hinten keine ahnung irgendwie eine der ganz hinten an dem der maskierte die malte hat was abgekriegt wir waren es nicht nicht schlecht staunt immer wieder über das erdbeben kuckuck hm 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 physische rüstung gefällt mir nicht hat zu wenig magische rüstung das ist schon besser in dem fall ja schade ja komm das war jetzt nicht eine große menge aber das regeneriert auch ein bisschen meine magische rüstung mit diese infizierung immer interessant irgendwie steht dann immer wer in der nähe damit ja flächeneffekte sind immer so ein bisschen problematisch ja es ist ja kein flächeneffekt also nachgang kommt ich dachte jetzt extra lektions ausgeben ist doch jetzt ist der maskierte china auch mit drin stimmt aber er ist kein gegner aber nach dem kampf wenn ich eine pause ausrufen im screen du wachst sicher sachen ja da guckst du mal auch da kommt noch einer nach was will der denn jetzt hier unten ich habe keine ahnung ja vielleicht auch aus der schusslinie des maskierten diners kommen wo bin ich denn eigentlich du stehst jetzt neben der nahkämpferin wir haben das gemacht vermutlich der typ darunter gekommen ist ich könnte mir vorstellen dass da deshalb runter gekommen ist nicht wegen der anderen sache habe ich aber genug hier und endlich wieder taktisch rückzug magische rüstung der hat magische rüstung zuviel der auch der auch ich nehme den punkt auf das holz sollte man ein stupen aufstieg gehabt du hast du das hat hier der verbündete die nicht also der gegner dem ich gerade kurzzeitig bezeugt ich habe auf unsere seite zu kämpfen ja im video ach so da guck hier warum ist ein ein niederschlag holzen magische rüstung und nicht physische keine ahnung okay alle auf toll um das ist nicht um schaden zu machen das ist taktik das muss so genau bestimmt schieß ruhig weiter auf den diener so kann man die firma schießen ich hätte auch gern zu vier aktionspunkte jetzt lange nichts gemacht ich habe einen schuss kostet zwei aktionspunkte sie müsste die acht haben auch am boden aktionspunkte 6 gemeinheit es hat auch ein stufenaufstieg stufenaufstieg an den totems ok Was hat die denn hier noch? Ich schau extra, dass ich euch nicht erwischt, ja. Wie, du verschonst mich? Ich versuch's jedenfalls. Wen hab ich jetzt erwischt? Ich glaube gar keinen. Nix. Also von uns zumindest. Ne. Auch nicht wehrmaut? Nichts erwischt. Verdammt, das waren aber nicht viele Schadenspunkte durch die erste Hilfe. Ja, da war noch viel Panzerung. Ja, vor allem erste Hilfe hebt glaube ich auch noch die insgesamt maximalen TP an. Was macht den da oben? Hm? Der ist jetzt krank. Ja. Zwölf Lebenspunkte. Und er regeneriert und wird beschossen. Ja. 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 die eine En Ose für Behemoth zum Ein Amulett zum Wer kann denn Regeneration nicht zaubern von euch? Ich kann nicht, aber hab auch keine Die hab ich dir gerade zugesteckt aus Ich hab auch noch 5 davon Warte, ich muss dir noch das Schwert geben Zweihandschwert zum Identifizieren Habe ich den von dir bekommen, Fina? Den magischen Eisenschild? Fina? Ne, ich hab ihn jetzt geschnitten Oder? Bei Julwe war ich dann überladen Achso, du bist überladen, ja Gut Ich geb mal Julwe auch die Hose Vielleicht kannst du gebrauchen ansonsten Oh ja Das ist ja fast doppelt so gut Dann hab ich noch ein Amulett, wo Lehrmeister drauf ist Und eins Ausdauer Ich würde das erstmal hier behalten Falls ich noch Lehrmeister Höher brauche Oder Wollt ihr es haben? Einer? Ne, jetzt nicht unbedingt Ich brauch jetzt dann sowieso mal bessere Rüstungen Oder so Interessant Ich hab jetzt zweimal ein fatales Claymore So, aber wie versprochen Wir machen jetzt hier drin Im Stream eine Pause Jeder kann hier schön Pipi machen Bis gleich Bis gleich Genau, bis gleich Ja, bis gleich Okay Vielen Dank.